okay ja das ist bei anderen einkommen also sein sagt doch gibt's doch einfach so du liebst an da wo ist das problem so was sie die frau ist wie von aus hat auch gleich dafür hallo julio schön dich hier zu treffen und ich hoffe dass viel spaß mit dem stream ich kann sie mir ja warum wohl okay das gibt es einer dieser peinlichen momente oder ja das wird einer dieser peinlichen momente ach auch mal drauf gekommen so i'm gonna do it give it to me ganz ruhig ganz ruhig tief durchatmen und ob es 200 zählt habe ich genug zeit weg zu rennen ja 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 das heißt er eigentlich ein vinder o v e ja I mean, more than I like other people! I'm sorry, I just figured, you know, it'd be fun to go on like a cute kind of pretend date with you, to make you feel better? Aha. Thanks. Well, it sounds even worse than when I put it like that. Zitpecity. I'm sorry, I messed up again. That's always good. Undyne's the person I really want to go with on a date. But I mean, she's way out of my league. Ach, that's not. Not that you aren't cool. Thanks. But Undyne, she's so confident and strong and funny and I'm just a nobody. A fraud. Nein, 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 nein. Das bist du auf keinen Fall. Im the royal scientist, but all I've ever done is hurt people. Nö, hörst du nicht. Du hast, ähm, jemandem geholfen? Definitiv. du hast mann was denn jetzt schon mit dieser verzögerung ist teilweise ein bisschen schwer also ich hätte an deinen sagen sollen dass sie nicht da ist richtig oder wie meinst du das oder wie meint das jetzt ich sollte sagen sondern nee ich habe sie nicht gesehen das wäre jetzt gut zu wissen ich werde noch mal so lange mein gott was soll's gemüdet ist ein bisschen sie wird sich fragen würde sie fragen willst du anderen oder einfach so das meinst du okay gut danke und dann soll ich anderen sei ich jetzt also soll ich alles das spielen okay gut verstehe okay after so many lies she thinks I'm she thinks I'm a lot cooler than I actually am na ich glaube nicht dass sie das so denkt ich denke schon dass sie die für eine tolle person hält aber ich glaube nicht dass sie selbst wenn du sagen würdest ich habe die angelogen ich glaube nicht dass sie böse sein würde wenn sie get's close to me she'll she'll find out the truth about me das ist doch nicht schlimm ist was should I do tell her the truth vier einfache worte the truth yep but if I tell her that she helped me she hates me so isn't it better this way nein ist es nicht man kann keine beziehung auf lügen aufbauen to this a lie where both people are happy or truth when neither of us are ich weiß nicht eine beziehung auf lügen aufzubauen ist das dümmste was man machen kann äh they say be yourself but I don't really like who myself is I said minderwertigkeitskomplexe damit kenne ich nicht nur so gut aus I'd rather just be whatever makes people like me hm 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 böse böse idee hehehehe eh ich glaube sie sieht es auch an dass es so blöde die Sache ist no you're right danke every day I'm scared scared that will happen if people learn the truth of the of on their own they all get hurt because of me but how can I tell and then the truth moment mal was sie da ganze zeit erzählt ich hab da schon fast eine vermutung was sie eigentlich meint ich gehe mal von denen wegen die wahrheiten das leute wegen ihr verletzt wurden ich glaube das geht ihr da eigentlich eher um das wahre labor woher have the confidence I'm going to mess it up how can I practice let's roleplay it obviously let's roleplay okay entweder rollenspiel oder rollenspiel was meint ihr leute ich denke wir sind immer rollenspiel oder rollenspiel macht immer spaß okay which one of us will be undyne you'll be undyne meinst du richtig sie wird die fragen undyne willst du undyne oder elphys sein dann nimmst du elphys also elphys sein willst okay dann muss ich sagen dass sie undyne spielen soll m-me undyne klar uh 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 okay I say it think it should say uh I'll say what I think she'd say and you um yeah you show me what uh that I'm supposed to do ahem nyah hey elphys you look cute today which say often but uh platonic because I never like you ehh ich glaub es wär besser wenn ich sage can we talk talk to you? hmmm I guess so I often seem excited to listen to you for some reason hmmm hmmm I will make uh 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 I will make either an eye contact with you and to uh uh zu was ist grad los mit mir so you sweat like you talk so what is it? let's tell an wie nein was soll deine Fatsch gewesen sein? sei flirtisch sei flirtisch okay im Endeffekt kommt es auf gleich hinaus oder? also das Ende geht es ist das gleiche selbst wenn ich jetzt hier ähm na gut komm versuchen wir mal w-what I would never Alphys what are you doing? I say punish for away from me pushing away you shouldn't kiss me but you are so cool good at it pfff okay because of what you learnt from those dating videos ehh Dating video games ich kann mir schon fast denken wie die am Ende immer ausgegangen sind Hayaku sage ich dann nur Hayaku hmmm ahem das habt ihr nicht von mir I I can't help but kiss your back okay was ist wieder hahaha was ist hier grad los? I'm undidated and peeling on my sweet cheese was so ein geier okay das ist jetzt peinlich what did you just say? ehh undine I was just ich habe das soe Gefühl dass sie gleich flüchten wird hey wow wait a second your outfit is really cute what's the occasion? oopsie wait a second wait a second are you two on a date? oh oh ehh 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 ich hab ich weiß nicht warum aber ich glaube ich sollte rennen ehh 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 ich hoffe ihr sagt es auch den richtigen Kontext ehh 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 Ich verstehe, sie kann es ihr nicht ins Gesicht sagen und deshalb kam sie in die Tonne. Was ist denn mit dem Basketball? Wo kam die Hände auf einmal her? Sie liebt ja nichts mehr als das absolute Maximum. I know, just the training you need to do that. Undyne, you... you're going to train me? Äh, Alphys, ich glaube, sie meint das nicht so. What, me? Äh, nah, I'm gonna get Papyrus to do it. Äh, äh, Pep? Was? Was? Get those bones shaking! It's time to jog 100 laps, shooting around about... How great we are! Ready? I'm about to start the timer. Undyne, I'll do my best. Das hätte besser laufen können. Oh my god! She was kidding, right? Those cartoons, those comics, those are still real, right? Anime is real, right? Anime is love, not real. Was soll ich, soll ich ihr jetzt die Vision geben oder soll ich sie weiter aufrechthalten? Meine, ich wäre eher für sagen, Anime ist nicht real. Einfach weil, alles ist ja schon gesagt, dass es eine Lüge ist. Und wenn wir sagen, Anime ist real, dann würden wir behaupten, etwas würde wieder lügen. Weißt ihr, was ich meine? Also ich... Was ist mit der Musik? Also ich würde sagen, Anime ist nicht echt. Was meint ihr? Wir stimmen uns einfach mal im Chat ab. Wir haben eine Stimme für Anime ist real. Wir haben noch mindestens noch zwei weitere Leute im Chat. Die können auch was dazu sagen. Wie gesagt, ich frage euch jetzt gerade die Recht. Hark zu Harkusis nicht übertreiben. Ganz geschmeidig bleiben. Tief durchatmen und bis 10 zählen, okay? Also, ich warte. Wir haben bisher eine Stimme für Anime ist real. Und eine Stimme für Anime ist nicht real. Ja, ich zähle auch. Auch wenn ich hier Streamer bin, ist dann die Stimme für? Hm. Also ein bisschen warte ich noch, aber dann sage ich gleich, Anime ist real. Okay, Anime ist real. Hahaha! Ich wusste es! Gigantit Swords! Magical Princes! Here I come! Uh... Thanks for taking care of Elphys. I didn't get to say what I wanted to, but... Das hätte besser laufen können. Things seem like they're going to get better for her. Well, I gotta go catch up with them. Later! Ich bin ja wieder hier, Achtung liebe Zeit! Aber damit ist das Date ja jetzt vorbei, richtig? Das heißt also, wir können jetzt den Rest machen. So, was müssen wir jetzt tun? Jetzt, jetzt können wir ins echte Labor. Richtig? Wo ist denn nun besagtes echtes Labor? Das ist die große Preistrage. Ich glaube, die Antwort kriege ich jetzt. Howdy! If it isn't my good friend, would trust me. This is Papyrus, you're also mutual friend. Elphys and I finishing our training early. Very early. So, I sent you home. Very home. Very home. Wie kann man jemanden sehr nach Hause schicken. Now, I feel strongly and want no apparent reason. You should also go there. Sure. Lab. House. I have only good feelings about this. Goodbye. Ihr könnt sagen, was wir wollen. Und Papyrus hat uns gerade dreist angelogen. Wie jemand mit so einem Gesichtsausdruck sagt, alles bestens. Das ist doch die dreiste Lüge. Äh... Ich... Okay. Wie komme ich jetzt am besten aber am schnellsten wieder zurück? Wo... Ich glaube, mit der Ente komme ich am schnellsten wieder zurück. Also, ich muss da zur... zur Flussfrau. Und ich glaube, das ging am schnellsten hier drüber, oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, was der schnellste Weg ist. Ich habe die Orientierung verloren. Wie gesagt, vergessen. Vergessen ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Weil ich habe... Ich habe eine Woche nicht mehr gespielt. Ich... Oh Gott. Können ich wieder irgendwelchen leichten Gegner kommen, damit ich mich wieder ein bisschen ans Movement bewegen... Bewegen kann. Gewöhnen kann. Ich glaube, ich nehme gerade den langen Weg, oder? Oh! Das ist ein neues Monster! Hallöchen! Ich bin voll. 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 Oh, Mann! käse okay da nicht das kann ich es nur in stunden handeln leute keine sorge irgendwann finde ich schon und das boot das ist ja okay jetzt bin ich ja gerade hier wo zur hölle bin ich gerade wo zur verfluchten hölle bin ich gerade meine fresse sonst ist meine amortierung sind doch eigentlich ganz gut das ist jetzt echt peinlich aber ich glaube ich bin fast schon wieder in snowden dann halt so dass natürlich gerade schade schade gut dann halt über snowden zurück ja in snowden ist auch die flussfrau wird da wohl dann irgendein fluss sein oder das ist eine gute preisfrage hallöchen super troja na wie geht's freut mich dass du vorbeischaust du hast bisher nicht viel verpasst und das statement für zeit war interessant so jetzt hoffe ich dass die flussfrau hier ist ja perfekt sie ist immer dort wo wir hingehen da la la try for a ride ride on the boat jetzt nach hotland bitte nach wo es hot ist nach hotland ja ich weiß dass sie auch dort ist aber kann mich ja auch dahin bringen ich schätze mal sie ist halt immer dort wo man hingeht quasi wissen was ich meine es hat immer dort hingebracht wird wo man gerade das gebiet den fluss betritt kann man gern zum teil wasser pokémon nicht vergessen scheibenklasse so dann auf ins labor war so 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 so